Oh nein, mag da nicht rein. Sie hat gesagt, das sind die ganzen Typhons aus... ...wenn sie beide Zündschlüssel haben. Ich habe ihre Stimme. Das ist eine Taktik, um ihr Misstrauen abzumildern. Ich erwähne das nur, damit sie wissen, dass ich aufrichtig bin. Hey, wo fliegst du hin? Lass mich nicht allein. Sie wiesen mich an, die Testabläufe zu sabotieren, falls Alex sie nicht befreien würde... ...oder die Typhon-Organismen aus der Verwahrung ausbrechen würden. Beides ist eingetreten. Jede Neuromod erzeugt einen Schnappschuss ihres Gehirns und simuliert einen Lernvorgang. Dann werden diese Änderungen umgesetzt. Milliarden von Verbindungen innerhalb von Minuten neu belegt. Alles ermöglicht durch unsere Freunde aus dem All. Guten Tag, Talos. Das Mittagessen wird von 12 bis 14 Uhr in der Kantine serviert. Das tägliche Menü finden Sie im Wochenupgrade. Ich hätte auch gerne ein Mittagessen jetzt. Na gut, ich schieße mir jetzt noch... Warte, aber noch, ich habe 13 Neuromods. Da weißt du, ist ja das Psi-Ding. Drei. Aber ich glaube, da können wir auch schon irgendwas Cooles machen. Schauen wir mal. Verdoppelte Dauer des Wohlgenährt-Bonus und Verzerr von Nahrung halten. Das ist nicht schlecht. Dann wissen wir, ob ich die ziehen. Erhört effektiv wie viel von Medikids auf 300. Also dreifach so viel. Erhört den Ertrag beim Recyclen. Und das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, dass ich das sogar nehme. Erhört deine Gesundheit auf 150 und verlängert deine natürliche Lebensdauer. In 25 Jahren, ich verstehe das nicht. Erhört deine Ausdauer. Erhört die allgemeine Bewegungsgeschwindigkeit. Aber ich glaube, ich nehme das Recycledingsbums. Denn da kann ich ja dann viel mehr bauen, wenn ich mehr Ertrag rauskriege. Sagt sie jetzt nur irgendwas? Ich suche nach weiteren Neuromods, während sie unterwegs sind. Danke, January. Das ist übrigens sehr schwer, deinen Nomen auszusprechen. Eigentlich wollte ich sie hier nur Jänner nennen. Ähm, ja, ich habe 59 Leben. Ich werde das schaffen, Leute. Speichern. So, in die Psychotronik. Das heißt, da müssen wir in die Hauptlobby. Ja, einfach runter. Ich weiß den Weg, Leute. Wehe, die sind jetzt schon wieder nachgespunnt, dann drei aber durch. Warte, ich muss ja schleichen. Leute, wir haben einen Generalschlüssel, ne? Das ist schon ziemlich nice. Moment. Silvan Pelle mit Tracking Armband. Ein Sicherheits-Tracking Armband, das alle Mitarbeiter und Volontäre bei Trendstar erhalten. Systemalarm! Präparaturbedarf! Bitte kontaktieren Sie einen Techniker! Was ich das nicht gesehen habe? Was ist da los? Hat er eine Misskübel? Okay. Ach so. Ist der Misskübel jetzt aufgegangen? Willkommen! Vielleicht kann ich Ihnen helfen! Bitte, hilf mir! Hallo? Hilfe, hilf, 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 hilf! Danke! Oh! Ich hab da echt viel was sehen zum Looten, hm? Ach so, das ist der Operator da draußen, ne? Hallo, kommen Sie wegen eines Termins? Ich hab einen Generalschlüssel, liebe Leute! Systemalarm! Präparaturbedarf! Ich hab einen Generalschlüssel, Leute! Versuche Version 0.7.6, ausführlich! Tja, nicht gut! Tja, nicht gut! Hallo, schön Sie wiederzusehen, Dr. Yu! Mhm, mhm, mhm! Systemalarm! Präparaturbedarf! Bitte kontaktieren Sie einen Techniker! Da ist aber was! Vielleicht komme ich da rein mit dem Schlüssel! Was ist das? Secure Pharma-Zeute! No Smoking! Hä, ich hab doch... Ich hab einen Generalschlüssel, der einfach mal... nirgends passt! Komm, Geschütz, wir gehen! Wir lassen uns da nicht verurschen, ja? Wir lassen uns da nicht verursachen! Hm... Automatisches Auslöscher-Geschütz 0.7.6 online! Suche nach Updates Server offline! Okay! Also, Hirn tue ich ja nix grad, ne? Okay, merk's schon, mein Generalschlüssel ist einfach für nix da, ne? Wenigstens sind da jetzt keine Phantoms mehr... Scheint zumindest so... Wie war's denn da drüben? Sag mal... ...zum allerersten... Ah! Wo? Wo kommt der her? Ohne Scheiße, habt ihr den jetzt gesehen? Ganz ruhig! Du sind so! Du sind so! Nein! Eh... Das hier... Da darf einer drin stehen! Aber wo ist jetzt der andere? Alter, das ist so unver... Wo ist der hergekommen?! Magazinkapazität von 17 auf 17? Mein Geschütz ist defekt! Willst du mich jetzt verarschen? Aber es war lustig, wie der uns da hochgeschossen hat, ne? Aber man hat den nicht gekommen gesehen, ne? Der war einfach da, vor uns, einmal, so ein Führer. Komm, komm, komm. Ich bin so angespannt, schrecklich. Genau. Das war jetzt die Luftschleuse, was wir jetzt entriegelt haben. Hä, wie komme ich denn da rein? Da ist er... Nicht übermütig werden. Schön im Schleichmodus bleiben. Ich glaube, bei Security vielleicht, ne? Achso, da wollte ich eigentlich rein, ne? Ja, das ist ein Ektong. Genau. Achso. Achso. Ja. Oh. Ah. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Boah, ich bin so angespüßt. Bei Sorgen und Fragen wenden Sie sich an www.sicherheit.transtar.thalos Okay, danke. Employee bla bla bla. Was tut denn doch so? Das tut mir jetzt auch schnell auf. Das ist der Aufzug, oder was? Keine Ahnung. Ah! Umweg. Wer dreht die Psychotronik? Werde ich machen. So. Türüberbrückung. Das ist jetzt das, oder? Genau. Okay, es ist geschlossen. Das finde ich sehr gut. Danke. 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 Eine Notiz. Spieleabend. Hallo, Elias. Du hast einen Charakterbogen auf dem Drucker liegen gelassen. Vergiss nicht, dass wir das Spiel in den Aufenthaltsraum in den Besatzungseinrichtungen verlegt haben und er ist eine Stunde später, als sonst losgeht. Tu uns allen einen Gefallen und schluck vorher ein paar Glückspillen. Bis dann. Wie alle anderen auch. Mehr dazu in der Mittagspause. Wie alle anderen. Keine Ahnung. Äh, hallo. Stimmt, aber speichern könnte man auch mal. Fehler. Ich konnte es nur hacken. Ich habe hacken, aber überhaupt noch nicht geskillt. Hallo. Hallo. Wer ist Dezember? Ah, da ist ein Recycler, das finde ich sehr gut. Werden Du jetzt trotzdem vorsichtig? Ah, da unten ist er. Ein gläubig Gebrecher da rein. Wow, hallo ganz ruhig da. Ganz schnell looten, ganz schnell looten, Mülleimer. Da ist nichts drin. Ah, ich bin jetzt da. Cool. Hey, hab ich nicht ein Waffen-Upgrade aufgekloppt? Ach so, das waren wahrscheinlich Ersatzteile. Okay. Sonst ist da nix. Was? Ja, das ist der Schirr. Okay, da ist ein rotes Licht. Da ist auch ein rotes Licht. Was sagt uns Dez? You are entering a maximum security area. Oh, ja. Na ja, kommt auch weiter durch. Hi! Ja, 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 ganz ruhig. Ganz ruhig! Ja! Kannst Du meinen Augen immer so schnell zu sein? Ich finde das echt nicht... Okay! Ah! Ach! Ach! Ich hab mir doch die Schafs. Scheiße! Oh, ich hab grad irgendwas knummern. Mein Codename ist December. Ich werde ihnen helfen, von der Talos 1 zu fliehen. Ihre Erinnerung ist lückenhaft. Aber sie haben Anweisungen hinterlassen, falls die Typhon ausbrechen sollten. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie haben eine Kopie seiner Startschlüsselkarte und Vorräte in der Neu- Umwandabteilung versteckt. Ich übertrage die Position auf ihre Karte. Karte. Ich kontaktiere sie wieder, wenn sie den Schlüssel haben. Ja sesetσεste Karte. Und darf das auch auch nicht! Wow, die hat schlauert. Das war eine Musik. Schau jetzt am Mulder, ich hasste das! Nicht reinsteigen! Ah! 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 So, sie ist einfach so anstrengend. Was habe ich oft? Knisprige Pommes frites Waffenupgrade und Munition. Boah, eigentlich habe ich nicht mehr viel Schuss, fällt mir gerade auf. Ja, es muss sein, speichern, es muss einfach sein. Das ist ganz wichtig. Ich hoffe, das sind jetzt keine Gegner mehr. Halt dir F gedrückt, um mir Gegenstände aufzunehmen. Was soll ich denn nun aufnehmen? Das liegt ja gar nicht mehr. Leertaste glättern. So, ich glaube, wir sind da safe. Aber wo geht es da jetzt lang? Niemand. Wo sind da jetzt schon wieder Strom oder ist es der von oben? Okay, kann das jetzt entriegeln? Aber... Ach so, da geht es jetzt in die Psychotronik. Alter, das wird was, Leute. Das wird was. Vielleicht hätte ich mir noch Munition kaufen sollen, herstellen sollen. Ich hätte gern unendlich Munition. Ah, da kommen wir jetzt zu den Guts, was immer dieser ist. Ah, ich habe da nur Karkate. Okay. Sehr interesting. Boah, scheiße! Ja. Die Psychotronik ist das Gegenteil von sich am Morgen. Was suchst du? Jemand hilft? Warte mal. Ist das Michaela? Alissa? Die sind alle tot. Hm? Ich kann die Nachrichten ihres Bruders belauschen. Darüber besteht Einigkeit. Durchqueren sie diesen Ort so schnell wie möglich. Sie suchen nach einer Wartungsluftschleuse zu einem Unterführungstunnel namens Guts. So gelangen sie ganz nach oben. Ich bin da. Ich bin da. Wow. Fluchtkapselschlüssel? Hä? Hä? Was? Jetzt warte mal. Ich muss ihn mal zurück. Hä? Der Schlüssel war jetzt da drinnen. Ich hab da keinen Schlüssel gesehen. Hä? Wehe! Diese Ladezeit zeugt sie jetzt nicht aus. Das ist die Fluchtkapselschlüssel. Ufff. Ich will nicht, wenn wir uns jetzt. Ich wurde von einem Operator namens Dezember kontaktiert, January hat auch Dezember meine Stimme, aber Dezember hat die Anweisung mir bei der Flucht von der Talos 1 zu helfen. Untertitelung des ZDF, 2020